willkommen zur nächsten folge der tagesprinzip in der letzte folge dazu wir diesen level festgehangen und wir hängen diese folge noch immer diesen level fest irgendwie so schwer ich möchte jetzt wieder zurück arbeiten von millimetern ausgleichen muss ok und die paar millimetern kann ich vielleicht ausgleichen mal wenn ich jetzt sag ich nehme jetzt auf die andere seite mit dem dinger und dann kann ich es wieder zurück stellen da kann ich das aber nicht machen wenn ich es komplett durcharbeiten dann bräuchte ich die seite gar nicht befeuern müsste die anderen sachen einfach nur mit connecten jetzt nur noch das und das connecten und so dass ich dann da hinten drauf zugreifen kann fertig ich möchte sie jetzt öffnen ich möchte das auf der anderen seite ausrichten müssen um Ich glaube, wenn sie erwischen kann. Das geht schon, aber... Ich glaube, wenn sie nicht mehr in die Richtung gehen, muss ich gehen, damit es besser ist. Ich glaube, wenn sie nicht mehr in die Richtung gehen, muss ich nicht mehr in die Richtung gehen. Ich komme hier sonst nicht weiter, wenn das nicht connected ist. Hm. Nochmal das aufmachen. Dann wieder von innen sperren. Dann mitnehmen. So. Ich kann mich hier nicht einsperren, weil das geht nicht. Ich kann mich nicht mehr in die Richtung gehen. Wirklich? Ganzhaft? Ich kann mich nicht mehr in die Richtung gehen. Ich kann mich nicht mehr in die Richtung gehen. Hm. Ich hasse es. Wieso geht das nicht? Die Regie wird es irgendwie gehen, aber ich komme hier halt nicht vorbei. Ich kann mich nicht mehr in die Richtung gehen, aber ich kann mich nicht mehr in die Richtung gehen. Ah, sehr schön. ja das ist halt nicht so richtig so ist das halt nicht richtig ich kann hier irgendwo noch einen bekommen das ist ja einfach das ist nichts Vielen Dank. Ich komme nicht drauf. Ich rätsel da schon ewige Folgen dran rum. So etwas kann ich direkt machen. Ich fiel mir doch immer theoretisch einer von denen. Oh, so sehe ich doch. Ich fiel mir doch. Vorne stand ja auch an. Schon hier hat er auch so lang rum gemacht wie ich. Das level ist echt krass. Sohn. Sohn. Ich könnte das machen. So was in der Art. Jetzt den, den, den. Jetzt kann es gehen. Ich glaube jetzt wird es gelöst. Na endlich. Jetzt kann ich das, ja jetzt wird es glaube ich. Von innen öffnen, reingehen. Habe ich das jetzt nicht ein bisschen nach vorne gestellt? Jetzt hätte ich es gelöst. Ich hätte es nur ein Stück weiter vorstellen müssen. Oh mein Gott. Guckt es mich jetzt an. Das wieder umgekehrt machen. Okay. Hier. Haben wir. Genau. So ist richtig. Gleich nochmal. So vielleicht. Es ist ja nur minimal teilweise. Vielleicht reicht es schon. Und wie ist es wahrscheinlich total vorbar. Wenn ihr das so schwer macht. Ernsthaft. Dann. Mach ich sowas halt auch. Ja natürlich noch von innen wieder freisetzen. Wieder nehmen. Aufhören. Okay. Jetzt gehts doch nicht. Verarschen kann ich mich allein. das ist ja nicht das problem ja endlich ich dachte ich schon wird niemals fertig endlich nach all den folgen haben es geschafft krass das war jetzt eine aufnahmesession aber wie es weitergeht seht ihr in der nächsten folge die ist zwar nicht ganz so lang aber egal ich überziehe manche folgen manche folgen mache ich kürzer das passt schon und ja sehen wir uns in der nächsten folge und ich mache erst mal ein bisschen pause wahrscheinlich und ciao mal ein bisschen Vielen Dank.